Hallo Sammelfreunde, ich begrüße euch zu diesem neuen Collectors Video, dem wir uns heute den Blister aus der FIFA Women's World Cup 2023 Stickerkollektion von Panini zur kommenden Frauenfußball-Weltmeisterschaft anschauen wollen. In diesem Blister, und das seht ihr hier oben schon aufgedruckt, befinden sich neun Stickertüten mit je fünf Stickern und all das ergibt es zum Preis von 7,50€. Diese Blister immer ein schönes Mitbringsel, wenn man mal an der Tanke oder am Kiosk ist, ob nun als Geschenk für jemand anderes oder für sich selbst. Auf der Rückseite bekommen wir nochmal eine kurze Zusammenfassung in dieser Kollektion. 512 Sticker, davon 68 Spezialsticker mit metallischem Glanzeffekt. So, jetzt haben wir glaube ich alles gesehen, was es von außen an diesem Blister zu entdecken gibt. Gucken wir mal, wie wir den am einfachsten aufbekommen. So, hier oben lässt er sich ganz gut aus einer Netze ziehen. Und da haben wir unsere neuen Stickertüten, in die wir jetzt natürlich mal zusammen reinschauen wollen. Und mal schauen, ob wir auch ein paar deutsche Spielerinnen in unseren neuen Packs finden. Los geht's aber zunächst mit Sophia Harrison von den Philippinen. Dann haben wir Guru Reiton aus Norwegen, Yves Perisset von der französischen Nationalmannschaft, Sanne Drölzgaard aus Dänemark und Tony Payne für Nigeria. Einen Code für die App gibt's auch noch, denn man kann das Ganze auch digital sammeln. Den spendiere ich euch natürlich gerne. Der Schnellste kann sich den jetzt sichern. Päckchen Nummer 2 mit Daniela Solera aus Costa Rica. Dazu haben wir dann passend unseren ersten Spezialsticker mit dem Wappen von Costa Rica. Dann Alessia Uso aus dem Team der Engländerin. Duong Thi Van aus Vietnam, Kalissa Van Santen aus Jamaika und dann sind wir schon wieder beim Digital Code angekommen. Auch den überlasse ich euch natürlich gerne. Päckchen Nummer 3 beginnt direkt mit einem Spezialsticker und das ist das Wappen von Turnierfavorit aus Süd-Usa. Dann haben wir Jo Jo aus Südkorea. Glamny aus Südafrika. Annick Nguyen aus den Niederlanden. Und Sophia Jakobsson aus Schweden. Dann Okbona aus Nigeria. Unser erster Beyond the Greatness Sticker mit Saragama aus Italien. Dann haben wir Renate Jansen aus den Niederlanden. Tran Titu aus Vietnam. Und Millie Bright vom aktuellen Europameister aus England. Nächstes Päckchen mit Viola Caligaris aus der Schweiz. Da ist unsere erste deutsche Nationalspielerin mit Torhüterin Merle Frohms. Dann Sarah Trieger aus Dänemark. Elisabeth Bartoli aus Italien. Und Claudia Bansch aus Neuseeland. Dann geht's weiter mit Mina Tanaka aus Japan. Katrin Veja aus Dänemark. Dann haben wir nochmal Alessia Russo aus England. Duong Tiwan aus Vietnam haben wir glaube ich auch schon gesehen. Aber Mariana Larroquette aus Argentinien hatten wir bisher noch nicht in diesem Unboxing. Dann geht's weiter mit unserer ersten Spielerin aus Portugal. Das ist Tatjana Pinto. Dann das Wappen von einem der beiden Gastgeber. Nämlich das des Neuseeländischen Fußballverbandes. Dann unser nächster Beyond Green Sticker mit Vanina Korea aus Argentinien. Und direkt noch einer hinterher mit Rosella Ayane aus dem Team von Marokko. Ein Nummer 1 Sticker haben wir dann noch ein Päckchen mit Elana Stabile aus Argentinien. So es geht an, unsere letzten beiden Päckchen. Mal schauen ob wir noch eine deutsche Spielerin finden. Los geht's aber zunächst wieder in Argentinien mit Ruth Bravo. Dann haben wir Paige Satchel aus Neuseeland. Das Wappen von Frankreich. Ashley Hatch aus dem Team der USA. Alba Redondo aus Spanien. Und das war schon wieder für dieses Päckchen. Zum Abschluss gibt's natürlich für euch noch den Code. So und dann sind wir auch schon beim letzten Päckchen angekommen. Das nochmal mit einem Spezialsticker beginnt. Aus dem Beyond Greatness Bereich mit Shirley Cruz aus Costa Rica. Da haben wir Geise aus dem Team der Brasilianerin. Kadisha Ermiqi aus Marokko. Juli Blackstart aus Norwegen. Und zum Abschluss nochmal ein Wappen als Glitzer Sticker. Nämlich das von Brasilien. Ja da haben wir noch einiges an Glitzer Stickern aus diesem Blister rausgeholt. Wobei die alleine einem die Kollektion natürlich auch nicht vervollständigen. Aber zwischen den ganzen normalen Stickern sind die natürlich immer eine willkommene Auflockerung. Alles was ihr zu den gezogenen Stickern und der Kollektion noch loswerden möchtet, könnt ihr jetzt noch unten ins Kommentarfeld packen. Freue mich wie immer auf das was ich da von euch zu lesen bekomme. Und natürlich genauso wenn Däumchen nach oben für dieses Video. Allen die hier noch nicht regelmäßig dabei sind, möchte ich noch das kostenlose Kanal Abo ans Herz legen. Mit dem verpasst ihr keins der kommenden Videos. Zum nächsten sehen wir uns dann hoffentlich alle wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Bist Vegas Sch suggerINE